achtes kapitel um fünf uhr zogen sich die damen zurück um sich umzukleiden und um halb sieben wurde elisabeth zum essen gebeten auf höfliche fragen die auf sie einstürmten und von denen zu ihrer freude die des herrn bingley ihr am teilnahmsvollsten zu klingen schien konnte sie keine günstige antwort geben jane ging es keineswegs besser worauf die schwestern drei oder vier mal wiederholten wie leid ihnen das täte wie unangenehm es wäre so stark erkältet zu sein und wie äußerst ungern sie selber krank wären und damit hatte sich für sie die angelegenheit erledigt diese gleichgültigkeit die sie jane gegenüber zeigten wenn sie die kranke nicht gerade vor sich hatten weckte in elisabeth wieder die aus dem herzen kommende abneigung die sie ihnen gegenüber von anfang an empfunden hatte der bruder der beiden war tatsächlich der einzige aus der ganzen familie den sie mit einigem wohlwollen betrachten konnte seine sorge um jane war ganz unverkennbar und seine aufmerksamkeit für sie selbst erfreulich elisabeth fühlte sich dadurch nicht mehr so als lästiger eindringling für den ihrem gefühl nach die anderen sie sahen außer ihm kümmerte sich niemand groß um sie fräulein bingley war ganz von herrn darcy eingenommen ihre schwester kaum weniger und herr hirst neben dem elisabeth saß war einfach langweilig und träge lebte nur um zu essen zu trinken und karten zu spielen und als er merkte dass sie ein einfaches gericht einem ragout vorzog hatte er nichts mehr zu sagen als das essen vorbei war kehrte sie sofort zu jane zurück und sobald sie das zimmer verlassen hatte begann fräulein bingley über sie herzufallen ihre umgangsformen seien wirklich sehr schlecht eine mischung von stolz und ungehörigkeit sie könne sich nicht unterhalten habe weder stil noch geschmack und schön sei sie auch nicht frau hörst war derselben meinung und fügte noch hinzu kurz gesagt sie hat nichts was für sie sprechen könnte außer dass sie ausgezeichnet laufen kann ich werde ihr erscheinen heute früh niemals vergessen sie sah wirklich beinahe wie eine wilde aus ja das stimmt luisa ich hatte mühe ernst zu bleiben überhaupt so ein unsinn hierher zu kommen was hat die schon durch die gegend zu hetzen bloß weil ihre schwester erkältet ist und ihr haar so wüst so zerzaust ja und ihr unterrock erst hoffentlich hast du ihren unterrock gesehen sechs zoll tief hat der schlamm ihn gestreift da bin ich absolut sicher sie hat zwar das kleid tiefer herunter gelassen damit man es nicht merkte aber es war eben doch zu sehen das bild das du da entwirfst mag wohl durchaus richtig sein luisa aber auf mich hat es keinerlei wirkung ausgeübt als fräulein elizabeth bennett heute früh ins zimmer trat hatte ich den eindruck dass sie außerordentlich gut aussah ihr beschmutzter unterrock ist mir völlig in gang aber sie wenigstens haben es doch gemerkt Herr Darcy nicht wahr sagte fräulein Bingley und ich möchte denken dass ihre eigene schwester nie in solchem aufzug ankommen sehen möchten gewiss nicht drei vier oder gar fünf meilen es kommt ja nicht drauf an wie viel bis über die knöchel im schlamm zu laufen und auch noch allein ganz allein was soll das nur heißen das ganze scheint mir nichts weiter als diese abscheuliche art von hochnäsiger eigenbrötlerei zu sein diese durch und durch klein städtische gleichgültigkeit gegenüber der äußeren schicklichkeit es zeigt doch eine sehr erfreuliche liebe zu ihrer schwester sagte Bingley ich fürchte Herr Darcy flüsterte fräulein Bingley halblaut dass dieser vorfall ihrer bewunderung für die schönen augen dieser dame wohl einigen abbruch getan hat nicht im geringsten erwiderte er sie leuchteten besonders hell nach dieser körperlichen anstrengung auf diesen ausspruch folgte eine kurze pause bis frau hörst von neuem anfing ich habe jane bennett ja sehr gern sie ist wirklich ein süßes ding und ich wünsche ihr von herzen dass sie sich mal gut verheiratet aber mit solch einem vater und solch einer mutter und solch kleinen verwandten kommt das fürchte ich wohl kaum in frage hast du nicht mal erzählt ihr onkel sei rechtsberater in mariton ja und sie haben noch einen der wohnt gar irgendwo in der nähe von schiebzeit das ist ja großartig setzte ihre schwester noch hinzu und beide brachen ein herzhaftes lachen aus und wenn sie so viel onkel hätten um ganz schiebzeit damit zu bevölkern rief bingley so würde sie das keinen deut weniger anziehend machen und doch muss es die aussichten auch ihrer schwestern einmal männer von höherer gesellschaftlicher stellung zu bekommen wesentlich verringern entgegnete darcy bingley erwiderte nichts darauf doch seine schwestern stimmten darcy von ganzem herzen bei und machten sich noch eine ganze zeit über die gewöhnliche verwandtschaft ihrer freundin lustig als sie das speisezimmer verließen hatten sie wieder zärtlichere anwandlungen eilten in janes zimmer und blieben bei ihr sitzen bis sie zum kaffee gerufen wurden jane war immer noch ziemlich unwohl und elizabeth ließ die schwester erst spät am abend allein als sie zu ihrer beruhigung eingeschlafen war und es ihr notwendig wenn auch nicht besonders angenehm erschien sich unten einmal sehen zu lassen als sie das wohnzimmer betrat fand sie die ganze gesellschaft beim kartenspiel und wurde sofort eingeladen sich zu beteiligen da sie jedoch den verdacht hatte dass hier um hohe einsätze gespielt wurde lehnte sie ab sie schob ihre schwester als entschuldigung vor und sagte sie wolle sich die kurze zeit die sie unten bleiben könne mit einem buch vergnügen frau hörst blickte sie sehr erstaunt an so wollen sie lieber lesen als kartenspielen sagte sie das finde ich ziemlich sonderbar fräulein elizabeth bennett sagte fräulein bingley macht sich gar nichts aus kartenspielen sie ist eine leseratte und hat an nichts anderem freude ich verdiene weder derartiges lob noch derartigen tadel rief elizabeth aus ich bin gar keine leseratte und habe an vielen dingen meine freude zweifellos macht es ihnen freude ihre schwester zu pflegen sagte bingley und ich hoffe es wird ihnen noch größere freude machen sie bald wieder gesund zu sehen elizabeth dankte ihm herzlich und ging dann zum tisch auf dem ein paar bücher lagen er bot ihr sofort an noch andere zu holen alles was seine bibliothek zu bieten hätte und ich wollte meine bücherei wäre größer ihnen zum nutzen und mir zur ehre aber ich bin nun mal faul und wenn ich auch nicht viele bücher habe so sind es doch schon mehr als ich jemals ansehe elizabeth versicherte ihm dass die im zimmer liegenden bücher ihr völlig genügten es wundert mich sagte fräulein bingley dass mein vater eine so kleine büchersammlung hinterlassen hat was für eine herrliche bibliothek sie dagegen in pemberley haben herr dorsey das möchte schon so sein erwiderte er sie ist ja das werk vieler generationen und dann haben sie selber noch so viel angeschafft sie kaufen ja ständig neue bücher ich kann mir nicht vorstellen dass es heutzutage noch leute geben sollte die eine alte familienbibliothek vernachlässigen vernachlässigen ich bin sicher dass sie auch sonst nichts vernachlässigen was die schönheit ihres vornehmen wohnsitzes noch erhöhen könnte charles wenn du dir ein eigenes haus baust dann möchte ich dass es wenigstens halb so entzückend wie pemberley wird das möchte ich auch doch im ernst ich würde dir raten dich dort in der nähe anzukaufen und dir dabei pemberley als eine art vorbild zu nehmen es gibt in england keine schönere grafschaft als derbyshire aber sehr gern ich werde pemberley selber kaufen wenn da sie es loswerden will ich spreche doch nur von möglichkeiten charles auf mein wort caroline es ist meiner ansicht nach leichter möglich pemberley käuflich zu erwerben als es nachzuahmen elizabeth war von all dem so beeindruckt dass sie ihrem buch nur noch geringe aufmerksamkeit schenken konnte bald legte sie es ganz beiseite rückte an den spieltisch und setzte sich zwischen herrn bingley und seine älteste schwester um das spiel zu beobachten ist das kleine fräulein darcy seit dem frühling sehr gewachsen fragte fräulein bingley wird sie so groß wie ich ich glaube schon sie ist jetzt ungefähr so groß wie unser verehrtes fräulein elizabeth bennett oder sogar noch etwas größer wie gern möchte ich sie wiedersehen ich bin noch nie von jemandem so entzückt gewesen welche gesichtsbildung welche umgangsform und für ihr alter schon so gebildet ihr klavierspiel ist ganz ausgezeichnet ich finde es erstaunlich sagte bingley wie junge damen die geduld aufbringen sich so vielseitig zu bilden wie sie es alle tun alle jungen damen vielseitig gebildet mein lieber charles wie meinst du das bloß ja alle möchte ich meinen sie alle bemalen schmucktafeln und schöne bunte wandschirme oder knüpfen geldbeutel ich kenne kaum eine die das nicht alles fertig bringt und jedes mal wenn man mir von einer bisher unbekannten jungen dame berichtet teilt man mir mit wie vielseitig gebildet sie ist deine aufzählung der üblichen bildungskennzeichen warf da sie ein ist nur allzu wahr das prädikat gebildet wird tatsächlich manch einer frau zuerkannt die es nur im hinblick auf ihre fertigkeit im beutelknüpfen und im bemalen von wandschirmen verdient aber deiner hohen einschätzung der damen im allgemeinen kann ich keinesfalls beipflichten ich kann mich nicht rühmen mehr als ein halbes dutzend in meinem ganzen freundeskreis zu kennen die wahrhaft gebildet sind ich auch nicht ganz bestimmt nicht sagte fräulein bingley demnach bemerkte elizabeth müssen sie eine sehr umfassende vorstellung von einer gebildeten frau haben ja meine vorstellung davon schließt wirklich vielerlei ein aber gewiß fiel seine getreue sekundantin ein niemand kann als wahrhaft gebildet betrachtet werden der nicht den durchschnitt weit überragt eine frau muß gründliche kenntnisse in klavierspiel singen zeichnen tanzen und modernen fremdsprachen haben wenn sie dieses prädikat verdienen will und überdies muß sie ein gewisses etwas in ihrer mine besitzen in der art wie sie einher schreitet im ton ihrer stimme in ihrer haltung und in ihrem ausdruck sonst verdient sie die lobende bezeichnung nur halb ja all dies muß sie besitzen sagte darcy und zu all dem muß ihren geist noch durch umfassende lektüre wesentlich erweitern dann bin ich nicht weiter überrascht daß sie nur sechs gebildete frauen kennen ich wundere mich vielmehr daß sie überhaupt welche kennengelernt haben erwiderte elizabeth urteilen sie so streng über ihr eigenes geschlecht daß sie so etwas nicht für möglich halten ich jedenfalls habe nie eine derartige frau gesehen ich habe noch nie so viel können und geschmack fleiß eifer und eleganz wie sie es beschreiben in einer person vereint angetroffen frau hirst und fräulein bingley waren über den elizabeths worten enthaltenen zweifel empört und beteuerten beide ihnen seien viele frauen bekannt die dieser beschreibung entsprechen doch da wurden sie von herrn hirst zur ordnung gerufen der sich bitter über ihre unaufmerksamkeit beim spiel beklagte das setzte jede unterhaltung ein ende und elizabeths verließ bald danach das zimmer eliza bennett sagte fräulein bingley als ich die tür hinter ihr geschlossen hatte gehört zu den jungen damen die sich beim anderen geschlecht dadurch beliebt machen wollen dass sie ihr eigenes zu gering bewerten und bei vielen männern hat das wohl auch erfolg aber meiner meinung nach ist es ein erbärmlicher kunstgriff ein sehr niedriger kniff zweifellos entgegnete darcy an denen die bemerkung hauptsächlich gerichtet war sind alle kniffe deren sich damen manchmal zum männerfang zu bedienen geruhen wenig reputierlich alles was auch nur entfernt mit täuschung zu tun hat ist verächtlich fräulein bingley war nach dieser erwiderung nicht so erbaut daß sie lust verspürt hätte die unterhaltung über das thema fortzusetzen elizabeths kam noch einmal herunter nur um ihnen zu sagen dass es ihrer schwester schlechter gehe und dass sie bei ihr bleiben müsse bingley drang darauf sofort nach hen jones zu schicken während seine schwestern in der überzeugung dass kein landarzt hier von nutzen sein könne empfahlen mit eilboten einen der berühmtesten ärzte aus der stadt holen zu lassen doch davon wollte elizabeth nichts hören war aber bereit auf den vorschlag bingleys einzugehen und so beschloss man gleich früh am morgen hen jones holen zu lassen wenn es fräulein bennett bis dahin nicht entschieden besser gehen sollte bingley war sehr beunruhigt und seine schwestern erklärten sie seien ganz niedergeschmettert indessen trösteten sie sich in ihrem unglück dadurch daß sie nach dem abendbrot vierhändig spielten während bingley für seine gefühle keinen besseren ausfüg fand als der haushälterin einzuschärfen die kranke dame und ihre schwester mit jeder nur denkbaren aufmerksamkeit zu betreuen Zurück die kranke dame und ihre wunderschmetterin